ich hab dich invertiert du hast was nicht invertiert mich hast du invertiert nicht invertiert gottes willen sei jetzt live dabei wenn wir hier faxen machen jetzt ist es richtig kommen zurück bei breath of the wild wir sind hier gerade bei diesem bauernhof und haben wir gerade milch bekommen jetzt frage ich mich natürlich ob man hier auch diese ziegen butter kaufen kann die man für diese andere quest braucht ja auch sag bist du ein reisende so so aha weißt du ich habe eine aufgabe du siehst so aus als wärst du genau der richtige dafür würdest du mir helfen ja also es tut mir im herzen wie aber ich möchte dich bitten tief im ex paar wald hirsche für mich zu jagen es gibt einfach zu viele von ihnen und sie zerstören den wald also erlege bitte innerhalb von einer minute so viele hirsche wie du kannst das für eine art ja danke kannst du sofort anfangen gibt es einen trick ja ich kann das doch natürlich ach so es wird hier gleich gestoppt vielleicht gibt es ja einen trick aber du willst du nicht wissen ja pfeile du hast keine pfeile weiß dann wollen wir mal mit der hirschjagd ich finde ich sehr sehen wir dir bescheid wenn eine minute vorbei ist darauf reiten mit der bewaffnung hat da keinen stich gehe nicht zu weit kommen ein stück zurück ja so ist das für ein arsch ne also wenn der mir jetzt nicht irgendwo pfeile her kriegt dann ist das für ein arsch keine belohnung ist da vorne der schreien ne ne den hat man aber gerade unten irgendwo gesehen die frage blinkt das auch wenn du wenn der schrein noch nicht gelöst ist da unten ist nochmal ein schrein siehst du ja auf das der du ja du wiii du 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 Eigentlich müsste ich jetzt wieder um... äh... equippen, ne? Mhm. Da kommt ja drauf an. Was ist das für ne Siedlung? Mhm. Also Bauklötze. Da stand auch ein Schild, glaub ich. Fertighäuser. So. Zum Yamagana. Hast du schon mal was, weil ich das heute gelesen hab und noch nie davon gehört hab und sehr interessant fand, vom Nelson Mandela Effekt gehört? Hm, weiß ich nicht. Das beschreibt wohl ein Phänomen von... nenne ich Massenhysterie, sondern Massenfehlerinnerung. Also, dass man... dass sich ganz viele Leute fehlerhafte Sachen gemerkt haben. Und das hat den Namen daher, dass, äh, es wohl ganz viele Leute gibt, die, äh, Brief und Siegel schwören, dass sie in den 80er oder 90er Jahren gesehen hätten, wie Nelson Mandela am Sterbebett liegt. Okay. Wirklich gesehen oder im Fernsehen gesehen? Im Fernsehen gesehen. Aha, okay. Also Glauben, das gesehen zu haben, können das aber nicht so wirklich beschwören. Ja. Und dann ein anderes Beispiel dafür ist, und das fand ich selber voll krass, weil ich selber auch da drauf reingefallen bin. Ganz viele Leute behaupten, dass der Rapper Sinbad oder Sinbad... Ach, das, dass es da diesen Film gibt. ...in einem Film namens Shazam mitgespielt in den 90ern, wo er einen Genie spielt. Ja, das habe ich letztens einen Artikel drüber gelesen, wahrscheinlich wie immer auf Mental Floss, die ja immer so Zeug machen. Oh, ein Kipprätsel. Oh, geil. Oh, geil, das macht man mit dem Pad? Ja. Oh, das ist ja cool. Also auch, da fällt aber die Kugel gleich runter. Ja, jetzt... Du musst vor allem die auch oben zu der Schatz-Truhe bekommen. Ja, das versuche ich doch gerade. So unten rumfahren. Ähm, ja, das mit dem Rapper, das habe ich gelesen, aber mir ist das... Also mir war der Film nicht bekannt, und ich dachte mir auch die ganze Zeit so, hä, wenn es einen schlechten Film mit einem Genie gibt, dann ist das doch der mit Shaquille O'Neal. Genau, und es gibt von Shaquille O'Neal in der Hauptrolle einen Film namens Kazam. Ja. Denn nicht Shazam. Und, ähm... Bye, bye. Ab in die Phantomzone. Ähm, ja, und das ist eben mir auch passiert, dass ich halt dachte, es gäbe diesen Film Shazam. Und der Irrtum kommt wahrscheinlich daher, dass eben der Name Sinbad ja schon so eine Konnotation mit Orient und, und, äh... Genie irgendwie hat. Und man das deswegen dachte. Jetzt hat aber witzigerweise zum 1. April Sinbad einen Trailer gemacht für diesen Film, den es nie gab. Ach so. Ich kenne nicht mal diesen Rapper. Ja, den kennt auch niemand so wirklich. Ich weigere mich auch zu glauben. Mein Gott! Warte mal, ich muss mich hier mal aufrecht hinsetzen, weil diese... Weigere ich mich auch. Oh, guck mal, wir sehen. Das ist sehr gut. Äh... Zu akzeptieren, dass es den Film Shaq Fu gibt übrigens. Scheißdreck, ey, was ist denn das? Vielleicht kannst du es gleich so kippen, dass es... Ne. Das ist doch mein... Ja, ich kenne das halt von Zitaten, dass viele, grad so Simpsons Zitate oder so... Will ich es gleich so machen? Von denen, Mann, was machst du denn du? Ich versuch das grad so hinzudrehen, dass es direkt bei der Schatztruhe landet. Geht's doch nicht, oder? Ja. Dass viele Zitate, die man zitiert aus Simpsons zum Beispiel, dass die in der Serie so gar nicht gefallen sind, sondern ganz anders. Und meistens weniger witzig, als in der Form, in der man sie kennt. Jetzt komm schon. Jetzt komm schon. Muss gegensteuern. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh nein. So, ab in die Phantomzone. Ich glaub, das ist nicht so meins. Soll ich mal? Warte, ich probier's einmal noch. Oh Mann. Mir fehlt, mir fehlt, Daniel probiert's jetzt, mir fehlt völlig das Gefühl dafür, aber auch wenn man diese Kugel halt auch nicht spürt. Oh, haha, okay. Darf doch nicht in Tüdel kommen. Und dann ist es halt irgendwie auch nochmal komisch, weil man nicht so recht weiß, woran das ausgerichtet ist. Also wenn eigentlich das Brett im Spiel gerade ist, hat man halt in echt den Controller grad schon voll schief. Ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Bist eigentlich schon so gut wie da. Achso, soll das gar nicht so? Ach nein, schau mal, du musst mit der Rampe da rüber und den dann da rüber schießen. Was? Siehst du das da drüben? Was? Das ist so ein Ausläufer. Jaja, aber ich muss ja trotzdem zu der Schatztour, oder nicht? Ja, aber mit Link und nicht mit dem Ding. Hey, wie soll ich denn mit Link da rüber kommen? Das Ding halt gerade halten und danach, wenn du da den Ball rüber geballert hast, weil der Ball läuft jetzt halt drüben in so einen Trichter rein. Also jetzt das Ding wieder gerade halten und dann halt beschleunigen und nochmal hochziehen, dass es so springen kann. Das hat geklappt, dass man los wird mit dem er nicht. Hey! Gut, aber deswegen bin ich noch lang nicht da drüben. Naja, aber du kannst doch, wenn du das Ding jetzt gerade machst, oder zumindest so weit runterklappst, dass Link rüberlaufen kann. So, hast du ja hin. Genau. Ich mach. Ja, ne. Ne. Aha. Jetzt wird hier meine Folge gehijackt. Ich sag dir, ich hab... Da stehen Leute Schlange, wenn ihr dieses Let's Plays macht. Hier ist der eine hier, der mit der tiefen Stimme, der auch so Let's Plays macht. Gnork? Genau. Ich ruf den schon mal schnell an, weil... Boah, jetzt komm ich aber... Also hoffentlich ist jetzt aber die Kugel da drin. Sonst? Das Spiel ist ja gnädig, ne. Du musst es weiter runterklappen, Daniel. Danke. Mach du das doch. Mein Gott! Ja, was? Deine Folge? Ja. Ja. Ja, der Mandela-Effekt. Ich kann mich da zum Beispiel überhaupt nicht dran erinnern. Also ich hab kein Bild von Mandela auf dem Stäbebett im Kopf. Dann gibt's ganz viele Leute, die behaupten, dass die Cornflakes-Sorte Fruit Loops früher anders geschrieben worden wäre. Hm. Stimmt aber gar nicht. Das ist ja auch bei Zeugenaussagen immer erschreckend, wie viele Leute da absoluten Scheiß erzählen. Entweder um sich wichtig zu machen oder weil sie einfach blöd sind. Oder weil es halt ganz natürlich ist, dass man sich nicht gut erinnert an manche Dinge. Aber das glaubt man immer gar nicht, dass man sich so täuschen kann. Mein Gott. Jetzt hab ich für eine Sekunde... Ich zum Beispiel hab mich nur einmal getäuscht. Das war also, ich dachte, ich hätte einen Fehler gemacht. Das war zumindest recht tot, wenn ich jetzt nicht was esse. Das reicht wahrscheinlich wieder nicht, oder? Naja, doch. Wieso hält er sich dann aber nicht fest? Das wirkt doch so komisch, weil das eh schon so schräg irgendwie ist. Ich hab halt die Befürchtung, dass wenn ich es noch schräger mach, dass man da hochklettern muss. Kann ich mir hier nicht... Nee, ich brauch mal Wasser für so einen Eisklotz. Und alles nur für einen Bernstein. Wir haben hier schon drüber geredet, dass diese deutsche Version von Zelda die von Speedrunnern bevorzugte ist. Nein, aber ich hab's gelesen. Das ist auch ganz schön crazy. Ich hab gefahren, ne? Weil die Texte so kurz sind, oder? Ich glaub schon. Aber eigentlich ist doch Englisch kürzer als Deutsch. No. Nee? Weiß ich nicht. Sehe ich etwa wie linguist aus. Wie linguini siehst du aus. Auch das ist falsch. Jetzt musst du ja dann sterben, oder? Oh, wow. Dankeschön. Ja. Ihr Fucker. Warte, man hat ja mehr Zoom, der Bogen. Da stand irgendwas mit, äh, wirkt ganz nah. Oder hab ich mich da jetzt verlesen? Der Fünferbogen kann weg. Erscheinend auch, äh, erscheinen auch entfernte Ziele, als wären sie ganz nah. Na, siehst du, vielleicht ist das was für den Hirsch. Naja, für den Hirsch ist vor allem ein Pfeil ganz gut. Ah ja, geil. Weil der Sniperbogen. Ja, jetzt musst du trotzdem sterben. Ja, wie? Naja. Setz mich doch immer wieder hierhin zurück. Meinst? Ja, nee, oder? Kann ich denn... Komme ich denn aus diesem grausamen Spiel noch anders wieder heraus? Hier rüber segeln? Das Spiel heißt Domination. Schön los gemacht. Darüber segeln? Nein, nein, nur von der höheren Stelle links. Ja, kommt den. Goal. Führ mich zum Schotter. Wie viele so Dinge haben wir jetzt schon? So Abzeichen? Sechs, oder? Ich glaube schon. Lass rüber wachsen. Dann kaufe ich mir jetzt noch ein Herz. Oder? Ja. Wo war denn das noch gleich? Das war im Ortskern drin, oder? Bestimmt. So, Dallee. Das war hier irgendwo. Da ist die Färberei. Die haben Färb-Trade-Produkte. Der Chef-Färber heißt Jochen. Gruß an Jochen. Der ist ganz schön busy. Die haben jetzt Playstation-Experience gehabt inzwischen, wenn ihr das hört. Daniel spricht vom Playstation-PR-Menschen Jochen Färber. Stimmt. Den niemand da draußen außer uns kennt. Damit haben jetzt ein paar Leute sich gedacht, hm, worauf sie jetzt wohl anspielen. Ich werde jetzt mal darüber nachdenken, worauf sie anspielen. Um dahinter zu merken, na toll, was für eine Scheiß-Anspielung. Jochen Färber ist ein sehr netter PR-Mensch, den wir schon lange kennen. Der war früher bei Rockstar Games. Und ist jetzt bei Sony. Der hat ja eigentlich immer mit ganz schön geilen Sachen zu tun in seiner Karriere. Das muss man ihm auch mal lassen. Ja, uns kennen. Ja, auch das. Wo war denn das, Daniel? Ich weiß es nicht. Hier? Ahoi, quasi. Hacke. Ich bin Hammer. Wo ist ein Hammer? War da unten bei der einen Hütte ein Hammer? Wo war denn die Göttin? Das weiß ich nicht mehr, aber hier könnte jetzt ein Hammer sein. Wieso? Weil du so Schmiede-Shit ist. Da kannst du auch mal wieder was kochen, übrigens. Ja, ich wusste gerade gar nicht was. Ja, probier's heute mal. Du hast jetzt so viel eingesammelt. Ein paar Sachen kombinieren, aber du müsstest wahrscheinlich eh erst mal Feuer machen. Ist die nicht aus Laser? Macht die nicht automatisch Feuer? Halt, hier kann ich doch Feuer holen einfach. Brennt der? Brennt der? Brennt der in diesem Pilz? Bückling in den Hyrule-Pilz. Ich bin der Bückling. Bisschen hier nirgends. Ach, den Kochler kann ich natürlich nehmen. Oh, da mach ich mir zu blauem Feuer was zu essen. So, wenn's das geht. So, jetzt wird hier beide Pfannen angemacht, dann können wir nämlich hier schon die Soße vorbereiten. Wir machen immer gleich drei Pfannen-Heif. Ei, ei, ei. So, dann machen wir jetzt mal was mit diesen Fitness-Pilzen, die wir da gefunden haben. Wo waren denn die? Die da, Fittling. Ein Fittling. In die Hand. Fleisch dazu. Edelwild. Und vielleicht noch. Was haben wir denn noch? Vielleicht noch irgendwas, was fit macht. Oder Milch. Oder Ei. Vielleicht mal Ei. Ei. Da hätt ich jetzt Bock drauf. Omelette, oder? Fitness-Fleischspieß mit Pilzen. Ja, das ist nicht schlecht. Nee. Was können wir noch so kochen? Können wir mal Medizin machen. Aus Bockblinden. Also, man darf ja nicht so viele halt. Und war es noch ein Insekt dazu? Weiß ich nicht. Schleichschnecke. Da ist so ein Spurtechse. Was gibt das jetzt leckeres? Spurtmedizin. Nicht schlecht. Acht Minuten zwanzig. Und dann dazu noch hier so ein Horn. Vielleicht ist das ein Käfer oder sowas. Oder irgendwas Insektiges. Da oben. Gelten die als Insekten, die krabben? Nee, das ist glaube ich Essen. Oben ist ein Käfer. Schwertkäfer. Kraftmedizin, auch nicht schlecht. Oh, das gibt's hier noch. Hier so ein Schleichwürmchen. In der Hand. Und dazu so ein Horn. Und vielleicht noch hier so ein Horn. So ein Moblin-Hauer und so ein Moblin-Ding noch. Also die, das Attribut hängt immer von dem Insekt ab und die Wertigkeit von den Monster-Zutaten macht's dann stärker, oder? Keine Ahnung. Soll ich's zumindest jetzt mal... Ich glaube, ich sollte es noch mehr einfach reguläres Zeug kochen. Also alles, was Herzen auffüllt, weil das ist immer das, was... Da spaßt dir halt viel, weil da kannst du tausend Pilze essen oder du isst halt einen guten Steak-Spieß oder sowas. So, wir haben ja Fisch mehr dazu. Und dann hier vielleicht mal so eine Palmfrucht. Eher was Fruchtiges. Was Leichtes. Was man so essen kann, bevor man zum Raffaello-Werbespot geht. Stimmt, ja. Raffaello. Kriegen wir jetzt eigentlich hier von der Ferreiro GmbH endlich hier mal kistenweise... Raffaello. Raffaello. Heißt das eigentlich Raffaello oder Raffaello? Raffaello. Das ist Spanisch. Oder Amerikanisch. Raffaello. Ey, yo. Warte mal, ich will das alles wieder zurücklegen. Wir haben jetzt hier mal einen Rüstling. Und dazu gibt's... Raffaello klingt wie ein Wort, was wie ein Album von Beginner heißen könnte. Und, äh, Apfel dazu. So eine Schlemmer, Schlemmerfilet. Schlemmerpfanne. Abwehrfischspieß. So, und dann jetzt noch hier, ähm, Geflügel. Nein. Mh, Geflügel mit Banane. Eww. Vielleicht noch eine Spurtkarotte dazu. Oder ein Ei. Ich glaub, Ei ist auch immer gut. Oder so eine Nuss. Wo ist so eine Nuss? Ach, da unten. Vogelnuss klingt irgendwo irgendwie... Es klingt so wie, als wäre das Kacke. Und das ist... Kacke. Naja. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass wir da mehr Scheiß bei... bei rumkommt. Ausdauerhonig. Jetzt pass' auf. Jetzt mach' ich mal den ultimativen Ausdauermix. Da kommt nämlich jetzt noch... Fittling mehr dazu. Und dann... außerdem... Maxi-Muschel. Ähm... Und... Und ein Ei. Das ist Ei-Appetit. Und eine Fittkarotte. Ei-Appetit. Und ein Ei. Oder Mui. Das ist gut für Knocher. So, und das gibt jetzt den super Klettermix. Ja. Boah. Viele Herzen, aber die passt ja nicht mal. Die kannst du für ewig aufheben, bis wir noch 50 Schreine gelöst haben. Siehste. Was wollte ich jetzt noch machen zu dir, diesen Altarsuchen? Aber sind ja deine ganzen Ausdauer-Ingredenzchen sind jetzt alle für den Arsch gewesen, oder? Ja, jetzt... Wo war denn der Altar? Hier. Ey, Alter. Ja, bitte Herzen. Ja. De-de-de-de-de. Goll. Super. Hervorragend. Dann sind wir perfekt gerüstet für die nächste Aufnahme-Session. Es kann sein, dass durch Urlaubs- und andere Termingeschichten möglicherweise nicht sofort die nächste Folge da ist. Wir bitten um etwas Verständnis dafür, aber wir wollen das auf jeden Fall weiterspielen. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.